Nein. Als ob das Förderband den Trecker hochhebt. So. Wenn es jetzt nicht geht, dann lasse ich den Rest aber... Als ob der Anhänger voll war. Oh. Das war aber eine schwere Geburt. Das muss man echt mal dazu sagen. Das ging ja gar nicht, ey. Und jetzt passe ich ihn noch nicht mal durch. Ich glaube, ich bende die Folge hier gleich. Komm schon. Ja. Puh. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es tut mir leid, wenn das ein einzelner Teil geworden ist. Wie gesagt, ich weiß noch nicht ganz, woran das liegt. Bei meinem Aufnahmeprogramm. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan.